Moinsen und Willkommen zurück hier bei einer neuen Runde Splinter Cell. Ist ja schon wieder eine Weile her. Und wir sind aber immer noch dabei, hier die gefangenen US-Soldaten zu suchen bzw. zu retten. Hier ist keiner, also kommen wir hier durch. Türe abgeschlossen ist sowas. A, S, W, D. Wieder aufs Gewehr umschalten. Nicht, dass hier irgendwas Schlimmes noch passiert. Okay. Das war nix. Wir schauen mal da runter, mal schauen. Eine Mine. Da hinten. Die erkennt man relativ flott mit dem Wärmesensor. Okay. Die nehmen wir mit. Schlimmer und den Laptop da rein. Hey. Der ist noch mehr Zeug. Ein Speicherstick. Das müsste der hier sein. Okay. Das ganze Zeug hier mit. Granaten. Haftminen. Alles was das Herz begehrt. Und die ich mach mal kaputt. So. Hier können wir nicht weiter. Okay. Dann müssen wir wieder hoch gehen. Das speichern. Das speichern. Ist ja grundlegend wichtig. Nicolazzo ist an Bord. Geschäbster abtransportiert. Okay. Nicolazzo scheint uns mal wieder zu entwischen. Na gut. Hier kommen wir nicht weiter. Dann schauen wir mal hier rein. So. Umgleiten. Ist da jemand? Da tropft das Wasser runter. Ähm. Das ist auch ungünstig. Gut. Nicolazzo ist an Bord. Geschäbster abtransportiert. Okay. Hier unten sind welche. Das merk ich mir. Wie komm ich hier runter? Da ist er. Ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen. Warte. Ich kann da hoch. Oder? Komm ich hier hoch? Jo. Seh ich den Typen noch nicht. Aber. Einmal umdrehen bitte. Natürlich trifft das nicht. Ausgeschaltete Einheit. Er ist dort. Na komm her. Oho. Das sieht mich glaube ich. Oder? Na, reicht's schon? Gut, da sind die erstmal versorgt. Aber die wissen ja schon, dass ich hier rum hantiere. Ist der Typ jetzt hier? Nö, irgendwo anders. Okay. Ähm, ich hab drei Medikits. Dann nehm ich mal eins. Die wissen doch, dass ich hier bin, Junge. Ist doch völlig Wumpe. Speicherstick. Okay. Nichts bewegendes. Machen wir mal einen Ablaufplan. Hier ist noch ein Medikit. Nehmen wir mit. Kann ich das aufmachen? Ne, das geht jetzt schon dahinter. Okay. Haben die Typen hier irgendwas dabei? Ne. Ähm. Grinko, hier spricht Nicolache. Töte die amerikanischen Soldaten. Bring sie zum Studio und töte sie. Wir entfernen das Material so schnell wie möglich. Sagt Herr Rung, dass wir Fortschritte machen. Ich hole die Arche. Hier Grinko. Ich will, dass die amerikanischen Soldaten für die Exekutionen vorbereitet und ins Studio gebracht werden. Ja. Gut, hier gehts nicht weiter. Okay, okay, okay. Ich muss vielleicht schon mal nachladen, fällt mir grad auf. Das war Grinko. Er will, dass wir die Soldaten ins Studio eskortieren. Hast du das gehört, Fischer? Die Exekutionen gehen weiter. Habs gehört. Irgendwelche Ablenkungsmanöver? Versuchs mal mit deiner Knarre. Stellt sicher, dass die Eskorte nicht unsere Jungs erreicht. Okay. Hey Freundchen. Verdammt, was? Wo haltet ihr die amerikanischen Soldaten gefangen? Grinko wird mich erschießen. Ich bin da etwas kreativer. Wo sind sie? Wo? Im Kellergeschoss. Wo steckt Grinko? Er bringt sie um. Euch alle. Wo finde ich ihn? Er wird sie finden. Töten sie mich. Okay. Wenn du drauf bestehst, kann ich das machen. Na gut, Grinko hat's eh gemacht. Und immer noch Munition fürs Gewehr. Sonst ist ja nichts weiter, ne? Okay. Okay. Gut. Achja. Das kann ich nicht kaputt machen. Das ist ein Gitter davor. Wo? Wo komm ich denn weiter? Wo geht's hier weiter? Hä? Die Türen sind noch alle dicht. Die müssen sich feiern. Da hoch komme ich jetzt auch nicht mehr, oder? Nee. Hier ist zu. Hier ist nichts. Ah, hier. Hab ich fast nicht gesehen. Egal. Hier liegt einer. Ein Toten. Jetzt ruckelt er schon wieder. Böser Computer. Na komm. 14 Sekunden. Sehr frech. Sehe ich was hier durch? Ja, da unten sind Leute sehr gut. Was ist mit der Übertragung? Das ist nicht unsere Sache. Gehen wir. Ich glaube, ich gehe wieder aufs Gewehr. So, mal warten. Jetzt sind die Typen, stehen genau dort unten. Ich könnte natürlich. Weißt du was ich scheiße mache? Hehehe. Hab alle drei erwischt? Nein, er lebt noch. Es wird geschossen. Wir haben sie am Singles. Wer ist da? Kommen sie heraus. Oh. Ich glaube das war das Exekutionskommando. Hehehe. Gut, hier hinten ist nichts weiter. Dann gehen wir mal hier runter. Wir haben eine Tasche dabei. Da ist was drinnen. Einen Schweicher-Stick. Und ein Medikid. Das ist gut. Ich habe auch eine Tasche dabei. Da ist eine Splittergranate drin. Sehr gut. Die haben wir ja gerade verbraucht dabei. Hier sieht man ja nicht sehr viel. Dann machen wir mal das Ding an. So. Sieht aus wie ein Kühlhaus oder so. Da vorne ist einer. So sehe ich überhaupt nichts. So auch nicht. Okay. Müssen wir. Jetzt werden wir ein Bildgerät benutzen. hier. Feindliche Einheit. Ah. 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 in diesem ganzen Qualm. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Eine Maschinenkanone. So. Sehen wir noch nicht. Ich hab was gehört. Geht doch durch hier. Na, kommst du, mein Freund? Wo bist du? Da hinten. Versteck dich doch mal nicht. Ich werde beschossen. Nein, du nicht, dein Kumpel. Fuck. Nochmals das ganze hier. Na mein Freund. Ich höre schon wieder eine Kanone. Natürlich sehen mich die Typen sofort. Obwohl es hier absolut unmöglich ist, irgendwas zu sehen. Oh, der hat eine Tasche dabei, ist sehr schön. Ich höre schon mal. Oh. 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 Und das geht doch mal hier. Niemand schießt. das hat jetzt super gebracht hier ist ein midi-kit, sehr schön, können wir gut gebrauchen besonders weil Sam uns tolle Geräusche dabei macht wo geht es hier raus, hallo, wo geht es hier raus, da drüben oh meine Güte, hier ist ja absolut neblig alles da ist ja noch da der so schön mit dem Rücken zu mir steht, nehme ich immer mit hier, hallo das war natürlich nicht so schlau na wo bist du na da geht es runter man sieht nix zum kotzen hallo boah, na endlich, ich seh wieder was feindliche Einheit wer sind sie? oh das ist natürlich ungünstig, ja noch mal neustart hier nein, ich seh wieder hier ach, willst du was, ich lass den einfach hier das stört ja nicht weiter nein, du sollst runter und nicht hoch was war denn das? gar nix hier ist gar nix zu sehen na, stehen wir auf das ist seltsam das ist auch seltsam Mensch, diese dumme Lücke hier da ist nix kaputt gegangen, passiert halt manchmal du bist mitigit oh fuck was ist das da? schon wieder ein Ruckler na komm, ruckel dich aus böser Computer Schalter benutzen, was passiert da? aha dann geht das Ding da auf was bringt mir das jetzt? wahrscheinlich nicht weit, dass ich weiterkomme hier sieht's aus wie Schluss jo ok haben wir ein Teil geschafft und ja, was wir dann hier oder wie wir dann die Soldaten retten na, sehen wir uns nächstes Mal ich hoffe, ihr habt Spaß und schaut dann wieder rein bis dahin haut da rein ciao 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 ciao